hallöchen freunde und willkommen zum qualifying hier beim großen preis von singapur und oder habe ich ja gestern sogar vergessen noch aufs wetter zu schauen denn es regnet das ist ja interessant stimmt da war was das haben wir glaube ich letzten sonntag noch gesehen ja das kann ja interessant werden also 100 prozent regenwahrscheinlichkeit ja da bin ich ja mal ganz gespannt ja und morgen soll es nämlich nicht regnen das heißt es wird jetzt richtig spannend ob wir es irgendwie schaffen keine ahnung ich bin mal gespannt auf welchen reifen auch ob wir jetzt die regenreifen oder intermediates haben wir müssen auf jeden fall zumindest versuchen unter die top 17 zu kommen und da machen wir uns dann einfach mal dran also ich lasse hier noch mal kurz den hinter uns vorbei damit wir auch möglichst eine freie bahn haben so benzin natürlich das fette gemisch und jetzt hoffe ich nicht dass da gleich jemand aus der box rauskommt so aber es hält sich mit dem regen noch ein bisschen im grenzen also es geht eigentlich denke ich mal so da kommt jetzt natürlich jemand auch aus der box das ist ja ganz klasse wieder ich hoffe der stört jetzt nicht ja der herr button danke sehr er ging eigentlich ein bisschen irritiert hat er sicherlich aber sind wir eigentlich doch recht gut vorbeigekommen ja doch der radius der einschlag radius beim lenken er ist doch schon ein bisschen größer aber das kriegen wir irgendwie hin sieht ja eigentlich noch ganz gut aus so beim regen heißt es natürlich gar nicht auf die kürze zu kommen das ist nämlich ganz noch gefährlicher als sonst das heißt möglichst mit reifen knapp dran vorbei und dann sollte eigentlich auch alles gut gehen so das dachte ich mir nämlich wenn man da einmal rauf kommt dann hebelt es ein nämlich so ein bisschen raus aber das war jetzt nicht so dramatisch hat ein bisschen zeit gekostet aber wir wollen ja eigentlich nicht ganz knapp um den siebzehnten platz kämpfen sondern wir wollen ja eigentlich schon top 10 fahren da kann man sich dann eigentlich auch ein bisschen zeit leisten wie man verliert so jetzt machen wir hier aber doch ein paar mehr fehler so und der die reste ist auch nicht so schnell unterwegs ja junge macht platz ey was ein affe was ein affe dieser pere ist ey äh die reste entschuldigung so wir fahren auf jeden fall noch eine gerade weil wir doch am ende denn so ein bisschen aufgehalten wurden worden sind kann ich mir nicht vorstellen dass das jetzt reichen würde so viele sind glaube ich auch noch nicht draußen so die fahren auch alle wenn die aus ihrer einführungsrunde oder aus rollrunde sind dann fahren die auch alle schön auf ideallinie sieht man auch immer gerne da sind wir wie gesagt hier guck da ist einmal der beste beweis darauf für man kommt einmal kurz hier vorne hier sieht es eigentlich noch recht stabil aus und dann kommt man da einmal rauf und zack gibt es den dreher da muss man höllisch auf also wenn irgendwie nette ist das ist oh gott oh gott oh gott vielleicht sollte ich einfach auch abbremsen da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht weil ich wieder am quatschen war das ist so ein bisschen wie als wenn man jetzt im richtigen leben auf einer nassen fahrbahn irgendwie mit motorrad oder so auf nassen laub fährt das ist auch tierisch rutschig und ungefähr so wird es denn hier auch sein ja super Ja das war jetzt natürlich nicht so klasse dann machen wir jetzt doch also es wird auch schon deutlich nasser also ist nichts mehr Ich glaube die runde können wir getrost abbrechen und da fahren wir dann mal an die garage das wird nämlich nichts mehr werden müssen wir einfach mal hoffen Dass die runde die wir eben hatten so ein bisschen hält das sehen wir jetzt gleich Ja gut dann müssen wir ich weiß gar nicht in der media jetzt hatten wir gerade es regnet ja auch nicht mehr so viel Ist jetzt die frage das war nämlich eben richtig rutschig Ob es nicht besser wäre wenn man vielleicht sogar auf trockenreifen geht aber ich schaue mir das eben noch mal ganz kurz an Wir haben ja auch noch ein paar minuten So was machen die da vorne So dann mal los nächster versuch Du bist auf platz 19 zurückgefallen Ja und so nass ist die strecke gar nicht mehr Aber wir werden das gleich mal sehen wie wir hier zurecht kommen also die zwischenzeit die da jetzt steht Das ist übrigens die vom siebzehnten platz Aber du kannst Bleiben Ei 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 Oh wei oh wei oh wei Ah Die geht aber auch wenn man einmal von einer Strecke abgekommen ist da geht dann außen gar nichts mehr weil das denn da Hilfe jetzt Ich bin jetzt aber echt am überlegen weil so viel regen sehe ich gar nicht mehr es regnet ja auch gar nicht mehr ob es nicht vielleicht besser wäre wenn wir sogar Auf trockenreifen gehen würden bevor wir hier nicht ein ernsthaftes problem kriegen uns hier irgendwie An der qualifikation zu scheitern das regt mich jetzt gerade ein bisschen mehr auf dass hier dieser die rest da hier so eine dumme show Abgezogen hat beim letzten mal oder dass wir da einfach nicht vorbeigekommen sind Ja das bringt nichts das bringt nichts ach mist ach mist was ist denn hier los Das darf ja gar nicht seine drei minuten reparaturzeit auch das noch 130 Das wird nichts werden jetzt müssen wir eigentlich ganz schnell raus dass wir da noch irgendwie in 130 rüberkommen aber das wird nicht klappen Erwartungen platz 20 startplatz 20 Das ist jetzt wirklich sehr enttäuschend zumal die strecke ja wirklich eng ist also Pires ist hier auf dem zweiten der hat erstmal gezeigt wie es geht Ach mensch Ja hätten wir da am anfang nicht so die probleme gehabt beziehungsweise am ende habe ich es dann verbockt Na gut das nützt nichts das ist nur der zwanzigste platz das heißt wir müssen morgen im rennen wo es dann aber trocken ist richtig richtig Beißen das wird schon irgendwie klappen Und ich würde mich freuen wenn ihr morgen um zwölf wieder reinschaut Denn jetzt wird es richtig wichtig hier im endspurt also es sind noch sieben rennen glaube ich oder sechs ich weiß es gar nicht Ich glaube sieben Und da müssen wir jetzt noch richtig ein zeigen also der hamilton ist nur sechs da das heißt wir können hier am start richtig wieder was machen und Beziehungsweise in der ersten runde da können wir richtig weit nach vorne fahren Mal sehen wofür ist dann morgen reicht ich würde mich freuen wenn ihr wieder dabei seid bis dann Mal sehen wofür ist dann morgen Untertitelung des ZDF, 2020